So. Fertig. Oh, in meinem Umfeld noch einer. Sieht auch mal ein bisschen ausleuchten. Und, das sieht jetzt mal geil aus, oder? Ja. Ich weiß nicht, was ist geil aus. Ist das nicht ein guter Keller? Ja. So. Und ich sehe schon so geil aus. Ja, schon. Tausendmal geiler als unser Alter. Mit alles frei. Oh, was ich gesagt habe. Ich habe eine Idee gehabt. Und ich konnte das nicht mehr beschreiben, weil guck mal. Kann man das ausbeschreiben? Hm. Mit Regalen so eine Art. Ja, das habe ich ja gesagt gehabt. Aber du wusste nicht, was ich mit den Regalen meine. Ja, ist sehr gut. Ciao. Ja, so habe ich es gemeint. Boah, ich habe das irgendwie nicht. Ich habe das irgendwie nicht verpflichtet, aber so geil aus, wie das Regal. Aber geil, Junge, wir haben was gebaut, Nicke. Komm, das ist meine eigene Idee gewesen. Ja. Ja, der Hammer läuft. Ja, Mann. Aber kurz, ich will mal eine Sache machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, also acht, zwölf, äh, sechzehn, zwanzig, vierundzwanzig, vierundzwanzig, vierundzwanzig. Heißt, da hinten sind es 48, äh, also vierundzwanzig sind es da, dann sind es hier zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf. Heißt, es sind schon mal, äh, ich habe vierundzwanzig gesagt da hinten, ne? Hier. Ja. Vierundzwanzig und zwölf sind... Vierundzwanzig. Vierundzwanzig sind... Vierundzwanzig sind es da, dann sind es hier zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf. Vierundzwanzig plus hier zwölf plus da zwölf, das heißt, sind, ja, 48, 60, 62. Nicht hier zwölf, wir sind auch hier noch vierundzwanzig, du Depp. Sind auch zwei rein, wir müssen recht. Nein, das sind 24 hier und da hinten auch 24. Guck mal, vier, achso, ja, 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 du hast recht, ich hab, nein, nein, ja, ich weiß, ich hab, ich hab, was gerechtet. Jetzt können 72 Truhen, her, dann. Ja, ich hab mal, Alter, das kriegen die alles voll. Aber das geht allein die Optik. Ja, genau, außerdem kann man für je... Ey, ohne Scheiß, ich will mir mal was nachgucken. Wie das auch noch sieht, wenn man hier reinkommt. In sein Megatronraum, ey. Tada! Ich will sowas braten, gehst du hier rein und da haben wir genug Öfen. Acht, sechzehn, vierundzwanzig, zweiunddreißig, vierzig, achtundfützig Öfen, Alter, achtundfützig Öfen, Alter. Ja, ich will mir grad was gucken. Babababababam. Alex? Ja, ich guck grad was. Wir machen grad was gucken. Warte, warte mal eine Sekunde bitte. Wir machen grad was gucken. Ohne Scheiß. Ich guck mal auf die Uhr. Ja, ja, man. Eine Minute. Ohne Scheiß, das dauert nicht mehr als eine Minute. Leute, du meinst, ich hab gerade nur, äh, die Menüsiedsicht, aber... Ah, doch, gibt's ein bisschen mehr, wahrscheinlich. So, da hab ich's doch, sehr schön. Das hab ich gesucht. Ähm... Be-be-be-be-be... Ach, doch, gibt's doch ein bisschen mehr. Ja, gut. Aber wir brauchen ja nicht alles. Ich hab grad geguckt, wie viel Items in Minecraft gibt, ne Stein-Version. Aber sind deutlich mehr als 72. Aber wenn man die relativ gut sortiert, dann kann man wirklich pro Kiste eins, soll man... Also, so, ah, wohl, zwei... Schon so locker zwei, drei Kisten für Steine und so'n Scheiß, aber... Und für Erde, aber... So, was machen wir hier? Die Plattform machen wir dann was anderes. Genau, die machen wir in der nächsten Aufnahme, ihr. Sneakers nicht mehr sagen, wir leck... Äh, loggen uns auch hier unten aus. Wir lecken, ja. Ja, genau, das hab ich grad gesagt. Wir lecken uns hier unten. Komm mal, Leck. Zieh, zieh deinen Helm aus. Ich hab nämlich keinen Mottofucker, wo muss ich deinen Helm aus? Ja, Junge, ich hab auch keinen. Doch, ich hab überhaupt noch, genau. Ah. 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 Egal, das war's bis zum... Komm mal her. Nein. Komm mal ganz bitte. Du, da, scheiß, du, scheiß ein. Wie heißt denn hab ich hier abgezogen? Hä? Keine Ahnung. Zwei oder so. Äh, eineinhalb. Ja, komm. So Leute, das würde mal sagen, das war's dann bei der Aufnahme. Ja. Bei der Folge auch. Aufnahme? So. Ja, Aufnahme. Mega. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft von den Apika Gaming Bros. Wieder mit dabei, an einer der kleine Nougat Pierre. Hallo. Er kommt zu angereifte kleine Nougat bibliotek, ähm 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 ähm. Yeah, uh, uh. Yeah, uh, um, 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 um. und dann nun sagt du das auch selbst kann ich war hier ist es ist wie die sucht man will oder alles für mich noch nur noch zu wissen wir haben ja wieder weniger haben ja drei um und da haben wir zwei weil die könnten doch mehr da wir auch treiben haben hier 1 2 drei auf dem ok 1 dann ja auch 1 2 3 und was sind wir gesagt das stimmt gar nicht doch passt doch das hat jeweils zwölf drohen gut weil sonst hätte ich hier hinten noch einen gang weiter reingebottelt und dann nochmal drohen hingesetzt ja aber so passt doch ja ich wusste nicht so alles schön fein ich würde uns noch jetzt überlegen wo wir was reinstecken ja das wichtigste kommt sowieso hier in die einfangs drohen aber lass uns mal das andere projekt schon mal anfangen bevor wir das hier machen ok aber um es spannender zu machen wir sagen nichts was wir machen wir machen es einfach ich habe die ganze schilder schon im inventar für mich dann macht es doch schnell kommen dann komm mal her dann machen wir das als erstes ok so was machen wir die beiden drohen ja wie machen wir immer wir machen am besten in zwei drohen immer was ähnliches oder dasselbe dasselbe die schilder mach ich aber hier hin oder und hier hin oder zwischen den drohen hier hier einmal hier und hier ja also da da und da genau da ok was machen wir da rein was bestücken wir bestücken immer zwei die untereinander sind oder die nebeneinander sind untereinander ist besser also die beiden ja es ist bisschen ähm wie soll ich sagen ich glaube besser war nicht komplizierter mit den schildern aber egal passt schon egal so was wollen wir hier rein machen irgendwas wertvoll ist nahrung essen nahrung ja genau ja gut essen brauchen wir eigentlich am dringendsten sonst sterben ja aber so viel haben wir ja gar nicht eigentlich oder egal ich mache einfach mal zwei kisten mit essen ist voll übertrieben aber egal wir haben eh genug kisten aber ich würde bei essen direkt auch sagen noch eine kippe noch kisten mit saatgut machen ja dann macht er immer noch mal sagt man auch gut saatgut machen da haben wir noch einen Fall nach rechts ne 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 das machen wir hm doch müssen eigentlich so oder äh essen saatgut was unten das gleiche oder also wieder links essen recht saatgut oder na gut aber das bisschen viel kisten für es nur saatgut eigentlich recht eine für es nur eine für saatgut oder mit dem mann gut ich mach jetzt mehr zu tun machst es so kurz Prozent saatgut das wollen wir nicht ist für unten rechts rein muss können in die Nähe von von dem ersten Scheiße um schwerer Entfernung an Ahnung Fischung kurz die nur so Deko Deko die so Blumen und so ein Scheiß können einmal Blumenblumen Töpfe und so ein Scheiß gibt es ja alles auch wenn sie mal anders anstellt zu werden naja zum Anfang was halt zu machen äh über oben ja mal wäre sagt gut da hat es nur was können wir da rein machen da muss nur irgendwas was auch wenig Sachen bleiben ja mache ich ja noch aber irgendwas was auch wenig Sachen verbraucht ähm um mal hast du es aufgenommen egal irgendwas was wenig Sachen verändern irgendwas egal was wenig Sachen verbraucht ähm ich muss erstmal weil hier essen jetzt oder genau und Prozent aber überlegen etwas was wenig verbraucht irgendwie wäre ich dafür wenn wir die wenn wir die Kinder doch hier die mitnehmen ist das ist es auch nicht egal mach einfach essen naja und das rechts erstmals ist kommst du mir noch überlegen kaputt jetzt so lange zu denken hier 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 wo waren wir das allerwertvollste Reimann heißt Dias äh Dias äh ja ich möchte am besten mal eine Kiste mit Dias und damit äh wie jetzt hier andere Scheiße jetzt mal Silber Eisen Eisen so und 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 was denn noch was ist noch selten und äh ja sowas wie Enderperlen oder so ein Scheiß also wertvolles machen wir irgendwie oben rein hier oder so hin ja ok ja genau ähm machen wir doch ja ja mal kurz machen wir mal Werk machen wir das ganze so vielleicht ist ein guter Vorschlag so ähm was hab ich gerade gesagt äh wertvolles wertvolles so so hab ich hier schon mal gemacht Werkzeuge die linke Kiste können später und das ist ein gut äh ja was kann man nennen Kohle ja rechts Kohle und links äh ja kann man beides Kohle machen oder Kohle kann es Kohle ist Kohle Kohle dann hier 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 so ja ich würde sagen dass wir guck mal machen wir doch direkt den Stuff für das Projekt hier in A hier anfangen da muss ich nicht so weit latschen ja aber genau lass uns hier Steine dahin machen und das uns ne ok jetzt ich mach es immer hier und lass uns hier mal Holz in die vier Kisten machen oder hier die vier ja aber halt da sagen wir die unteren ist dann so Holz Zubehör also Treppen Slaps und so nen Scheiß und in die oberen genau hier ist Holz ähm ich bin nicht zu den Kompetenten zu schreiben ich habe Holz und Holz Zubehör ja Holz Zubehör ja Holz Zubehör hier die nein es passt nicht in einer Reihe zu d äh wie mein Penis ähm ähm ja ich weiß für mich mal Holz zu B äh wenn falsch geschrieben ist auf den Kommentaren Holz Zubehör ich bin nur wieder so sieht scheiß aus Moment geht doch lassen Perfektion ist so zack äh Schmerzen 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 und jetzt haben wir ein Volk im Haus aus dem Land aus dem Leben egal 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 Scheiß drauf hier gegenüber würde ich sagen ähm die vier Kisten Steine ja da machen wir oben das Glo- äh Globstone ähm Machen wir unten und Karten und Kappel und Kappel und Kappel oder normaler Stein genau und dann würde ich noch die beiden hier Moment aber auch ganz kurz so Kappel ach Gott gehen wir in die erste Zeile so zack Kappel und hier oben Stein und Stein Ziegel äh und hier die beiden Steine ne Stein und Stein Ziegel und die hier die beiden und ja ich weiß ja die oben drüber links also Stein oder was Stein und rechts ähm Stein Ziegel wenn wenn es passt was sind nochmal Stein Ziegel sag ich sie ah ok ja jetzt weil ich weiß Steine Ziegel sehen genau sorry ich weiß Bescheid so äh ja gut ähm Holz haben wir da ne Ach halt drin ne hier sind da mache ich am besten hier um komm machen wir uns geben wir uns davon gibt es eh genug wir haben eh genug Kisten von der Hälfte ich mir jetzt einfach mal so so kurz ähm wollen wir das mal so dann machen wir erstmal hier die erste Reihe den Rest nur das brauchen wir sowieso nicht ja noch nicht da können wir dann können wir dann später dann ergänzen wenn die Kisten hier fallen der Kampel das war kein Sturm ja sie wollen kann man so kann es so werden und immer nur erde da oben war schon die beiden nur erde ja das so kann so ähm was geht jetzt noch ein ganz wichtiger Sachen ähm Wollszug und Waffen äh ja ich kann eigentlich bei Dixer zum Mann in die Kiste oder äh Werkzeug gerne mit rein ja wir einfach hier mit rein oder na gut oder wir machen noch eine extra Waffenkiste von mir aus ja ja da machen wir ähm hm hm Waffen und ja was gibt es denn noch so viel Scheiß ähm Moment genau dann machen wir hier erstmal links Waffen und ähm rechts Waffen rechts machen wir dann ähm ähm wir sind scheiß nochmal was dann nether scheiß also nether nether zeug einfach nether zeug nether zeug nether zeug machen wir dann da oder ja nero nether zeug machen wir dann da